So, darf ich vorstellen, dass da hier ist die Aila vom Götzschetal. Sie ist heute hier zum Friseurtermin. Wie man sieht, der Hund hat es bitter, bitter nötig, aber draußen ist es kalt. Deswegen sind wir heute mal bei mir im Wohnzimmer und wir schauen jetzt einfach mal, was wir aus diesem Hund schönes basteln. Ich erkläre euch jetzt gleich erstmal diese drei Sachen. Die brauchen wir zur Vorbereitung vom Hund. Das da hier ist die Trimmkralle, das da hier ist ein normaler Kamm und das da hier einfach noch mal zum, das überschüssige Fell von dem da hier wegmachen. Sie hat soeben bestätigt, dass es genau da dafür ist. Dann fangen wir mal an. Ich übergebe jetzt der Susanne, meiner Freundin, das Kommando und sie filmt mich dann dabei, wie ich das mache. Anfangen tue ich hier mit der Trimmkralle. Ich ziehe einfach hier übers Fell drüber. Wie man sieht, der Hund hat Unterwolle und Erdel Terrier verliert ja eigentlich kein Fell. Wenn er anfängt, Fell zu verlieren, hat er einfach zu viel Unterwolle drauf. Und wie man sieht, hier kommt einiges an Wolle raus. Und mit dieser Trimmkralle kann man gute Vorarbeit leisten, um einiges zu machen. Das dauert jetzt eine Weile, bis wir da einmal durch sind. Damit tue ich jetzt alles, was schwarz ist, bearbeiten. Immer Stück für Stück, von oben nach unten. Also wenn es geht, bitte nicht gegen den Strich. Also nicht von unten nach oben, sondern wirklich von oben nach unten. Denn sonst tut ihr dem Hund weh. Und weh machen wollen wir ja dem Hund nicht. Der Hund soll ja eigentlich ganz angenehm massiert werden. Und wenn ihr hier merkt, ihr kommt hier nicht mehr weiter, weil ihr einfach zu viel Fell hängt. Dann könnt ihr auch mal die in den Kamm nehmen und einmal ziehen. Und dann kriegt ihr auch das ganze lose Fell raus. Und wie ihr seht, der Hund ist so gemüllt. Aber deswegen geht man ja zum Friseur oder man macht es selbst. Ich melde mich dann gleich wieder bei euch. Ich mache erstmal so weit weiter. Wenn ich dann an dieses hier gehe oder an dieses hier gehe, melde ich mich dann gleich wieder bei euch. Oh, ja. Hol in det church. Die Wouldnome家 bis seven. Ich danke.